Tänze Tango, Charleston und Blues Fangen wir also zunächst mit dem Tango an Gestatten Sie, meine Damen und Herren, darf ich Sie auf die Tanzfläche bitten Vielleicht dürfen wir zunächst noch einmal auf die Tango-Haltung zu sprechen kommen Der Herr legt seine rechte Hand nun etwas weiter um die Taille der Dame Sie stehen sehr eng, sehr dicht beieinander Sehen Sie, so, die linke Hand befindet sich in Augenhöhe der Partnerin Die Dame legt ihre linke Hand hinter den rechten Oberarm des Herrn Sehen Sie, so, danke Und nun dürfen wir Ihnen den ersten Schritt noch einmal erklären Vielleicht teilen wir die Figur einmal Es handelt sich hier um die Promenadenfigur Der Herr beginnt links vor, die Dame rechts zurück Der Rhythmus des ersten Teils ist langsam, langsam, schnell, schnell Schauen Sie, und links vor, rechts vor, vor, schließ Und beim Schließen führt man die Dame in eine Promenadstellung Wir zeigen es noch einmal Links vor, meine Herren Und Schritt, Schritt, vor, schließ Man betont den dritten Schritt etwas mehr Bitte mal Tanzhaltung einnehmen Herr links vor, Dame rechts zurück Gerade stehen, Kopf hoch und nach links richten Achtung Und links, rechts, vor, schließ Danke Meine Herren, Sie müssen die Dame mit ihrer rechten Hand in die Promenadstellung führen Haben Sie das getan? Denken Sie bitte gleich daran Wir gehen weiter Wir tanzen nun den eigentlichen Promenadenschritt Wir stellen uns einmal auf in Promenadstellung Der Herr beginnt links zur Seite, die Dame rechts zur Seite Der Rhythmus ist hier Langsam, schnell, schnell, langsam Schauen Sie, und Langsam, schnell, schnell, langsam Und hier, meine Herren, müssen Sie die Dame wieder zur Gegenüberstellung führen Und zwar beim dritten Schritt Schauen Sie, und Langsam, schnell, schnell, langsam Bitte nehmen Sie mal Aufstellung in Promenadstellung Achtung Links zur Seite, der Herr rechts zur Seite, die Dame Und Langsam, schnell, schnell, langsam So, und nun kommt die Zusammenfassung dieser beiden Schrittteile Wir zeigen Sie Herr links vor, Dame rechts zurück Rhythmus Und Lang, lang Schnell, schnell, lang Und schnell, schnell, lang Noch einmal Schritt, Schritt, vor, schließ, seit, kreuz, seit, Schluss Der rechten Hand Und Links, rechts Vor, schließ, seit Und kreuz, seit, Schluss Dankeschön Das wollen wir jetzt einmal mit Musik tanzen Bitte Tanzhaltung, Herr links, Dame rechts Drei, vier Schritt, Schritt, vor, schließ, seit, kreuz, seit, Schluss Und Schritt, Schritt, vor, schließ, seit, kreuz, seit, schritt, 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 vor, schließ, seit, kreuz, seit, Schluss Links, rechts, vor, schließ, seit, und kreuz, seit, Schluss Lang, lang, schnell, schnell, lang Und nun, es folgt der Wiegeschritt, das ist ja die Figur, die besonders charakteristisch für den Tango ist. Wir zeigen Ihnen den ersten Teil. Herr beginnt wieder links vor, die Dame rechts zurück. Es wird getanzt, der gleiche Rhythmus wie bei der ersten Figur. Schauen Sie, und links, rechts, jetzt wiegen, Wiegeschritt. Bitte nehmen Sie mal die Tanzhaltung ein, starten Sie schräg zur Wand. Herr links vor, Dame rechts zurück, gerade stehen und links, rechts, jetzt wiegen, Wiegeschritt. Es fehlen uns nun noch drei Schritte, der sogenannte Abschlussschritt, getanzt im Rhythmus kurz, kurz, lang. Wir tanzen Ihnen jetzt die ganze Figur einmal vor, damit Sie sich von dem ganzen Schritt nochmal ein Bild machen können. Herr links, Dame rechts, schauen Sie, und links, rechts, jetzt wiegen, Wiegeschritt rückwärts, der Herr vorwärts, die Dame rück, seit Schluss. Bitte Tanzhaltung zum Wiegeschritt. Achtung, und Schritt, Schritt, Wiegeschritt und Abschlussschritt. Und dazu bitte ich wieder Musik. Bitte Tanzhaltung, Herr links, Dame rechts. Zweite Figur. Drei, vier, Schritt, Schritt, Wiegeschritt und Abschlussschritt. Schritt, Schritt, Wiegeschritt und Abschlussschritt. Links, rechts, Wiegeschritt und Rückseitsschritt. Und nun wollen wir Sie beide mal als Verbindung tanzen. Doch zuvor wollen wir Sie Ihnen noch einmal zeigen. Herr links, Dame rechts, erste Figur, Promenaden, Schritt und Schritt, Schritt, Vor, Schließpromenade, Seit und Kreuz, Seit, Schluss. Zweite Figur. Schritt, Stopp, Wiegeschritt und Rückseitsschritt. Ja, meine Damen und Herren, und das bitte jetzt mit Musik. Darf ich um Tanzhaltung bitten? Herr beginnt links, Dame rechts. Drei, vier, Schritt, Schritt, Vor, Schließ, Seit, Kreuz, Seit, die zweite. Schritt, Schritt, Wiegeschritt und Abschlussschritt. Erste, Schritt, Schritt, Vor, Schließ, Seit und Kreuz, Seit, die zweite. Schritt, Schritt, Wiegeschritt und Abschlussschritt. Erste, Schritt, Schritt, Vor, Schließ, Seit und Kreuz, Seit, Schluss. Wir wollen uns nun wieder den Charleston zuwenden. Vielleicht schauen Sie sich den ersten Schritt noch einmal an. Herr links zur Seite, Dame rechts zur Seite. Sie stehen jetzt offen. Achtung und links, zwei, drei, vier, rechts, zwei, drei, vier. Links, zwei, drei, vier, rechts, zwei, drei, vier. Bitte Tanzhaltung. Herr links zur Seite, Dame rechts zur Seite. Achtung und links, zwei, drei, vier, rechts, zwei, drei, vier. Links, zwei, drei, vier, rechts, zwei, drei, vier. Noch einmal. Und das bitte noch einmal tanzen mit Musik. Bitte Herr Banter. Herr links, Dame rechts. Drei, vier. Links, rechts. Links, links, rechts, links. Links, zwei, drei, vier. Rechts, zwei, drei, vier. Jetzt folgt die zweite Figur. Es war wiederum ein Grundschritt, den man vor- und rückwärts ansetzte. Schauen Sie sich das an. Herr links vor, Dame rechts zurück. Und links, zwei, drei, vier. Rechts, zwei, drei, vier. Links, zwei, drei, vier. Rechts, zwei, drei, vier. Bitte nachmachen. Herr links vor, Dame rechts zurück. Achtung. Und links, zwei, drei, vier. Rechts, zwei, drei, vier. Links, zwei, drei, vier. Rechts, zwei, drei, vier. Und das wieder mit Musik. Herr links, Dame rechts. Drei, vier. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, 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 rechts. Die dritte Figur war die Promenadfigur, auch Promenadenkick genannt. Wir dürfen sie Ihnen zeigen. Promenadstellung zu Anfang. Herr links vor, Dame rechts vor. Und links, zwei, vier. Kick und rechts, zwei, vier. Und rechts, zwei, Stanley, 1960. Bitte Tanzhaltung. Achtung und links, zwei, kick und rechts, zwei, kick und links, zwei, kick und rechts, zwei, kick und... Und das bitte wieder mit Musik. Bitte, Erbanter. Drei, vier, links, kick, rechts, kick, links, kick, rechts, kick, links, kick, links, kick, links, kick, rechts, und links, kick, rechts, kick, links, kick, rechts, kick. So, und jetzt wollen wir alle drei miteinander verbunden tanzen. Drei Figuren waren es. Einmal zur Seite angesetzt, einmal vor und zurück angesetzt. Und dann der letzte Promenadschritt. Wir zeigen sie Ihnen noch einmal in der Zusammensetzung. Schauen Sie, und links, zwei, drei, vier, rechts, zwei, links, rechts, vorwärts, links, rechts, links, Promenade, links, kick, rechts, kick, links, kick, rechts, von vorne, links, drei, vier. Bitte Tanzhaltung, Charleston, alle drei Figuren zusammen. Und eins, zwei, drei, vier, vorwärts, eins, rückwärts, zwei, drei, Promenade, eins, zwei, drei, vom Anfang. So, und bitte noch einmal ein letztes Mal Musik zum Charleston. Herr links, Dame rechts. Drei, vier, drei, vier, links, rechts, links, vorwärts, links, rückwärts, rechts, links, links, kick. Rechts, links, links, kick, und seitwärts, eins, zwei, drei, vor und zurück. Eins, zwei, drei, und alle, und eins, zwei, drei, vier, seitwärts und vorn. Eins, zwei, drei, vor und zurück. Nach diesem aufregenden, na, ich möchte fast sagen, konditionszehrenden Tanz, jetzt der ruhige, langsame und bequeme Blues. Erinnern Sie sich noch an die Schritte? Wir dürfen Ihnen vielleicht den ersten Teil der ersten Figur, den Vierteldrehungen, zeigen. Sie haben eine Tanzhaltung mit leichtem Abstand, der Herr beginnt links, vor, die Dame rechts, zurück. Schauen Sie, und links, vor, dann heran, tap, rechts, vor, heran, tap, und weg, sell. Vorwärts, Herr links, Dame rechts, rück. Und links, vor, tap, rechts, vor, tap, rechts, drehen, Schluss. Nun folgt der zweite Teil, der Herr geht links, zurück, die Dame geht rechts, vor. Schauen Sie bitte. Und links, rück, tap, rechts, rück, tap, eine Vierteldrehung nach links, innerhalb des Wechselschritts. Wir tanzen es noch einmal. Und links, rück, tap, rechts, rück, tap, drehen, weg, sell. Und nun schauen Sie sich die ganzen Vierteldrehungen an. Im ersten Teil tanzt man im Wechselschritt eine Vierteldrehung nach rechts, im zweiten Teil eine Vierteldrehung nach links beim Wechselschritt. Achten Sie einmal darauf. Und links, vor, tap, rechts, vor, tap, drehen, weg, sell, links, rück, tap, rechts, rück, tap, drehen, weg, sell. Und links vor, tap, rechts vor, tap und wechsel, links rück, tap, rechts rück, tap und wechsel. Und das bitte jetzt einmal mit Musik, nicht zu große Schritte. Bitte, Erbanter, Tanzhaltung. Drei, vier, und links vor, tap, rechts vor, tap, wechsel, links rück, tap, zurück, tap, wechsel, links rück, tap, wechsel, links rück, tap, wechsel, links rück, tap, links rück. Als zweite Figur hatten wir den typischen Grundschritt des Blues getanzt, den sogenannten Pendelschritt. Wir nehmen Aufstellung in Promenadstellung, der Herr beginnt links zur Seite, die Dame rechts zur Seite. Schauen Sie, bei zwei und vier immer pendeln. Das wäre links pendeln, jetzt wieder zurück, rechts pendeln. Dann zwei Schritte vor, zwei, dann wieder links pendeln, rechts pendeln. Noch einmal. Und links heran, rechts heran, Schritt, Schritt, links heran, rechts heran. Und das wiederum jetzt mit Musik. Ich bitte um Tanzhaltung. Herr links, Darm rechts. Drei, vier, und links heran, rechts geradeaus. Schritt, Schritt, links heran. Damen, Solo, drehen. Zwei, links heran, geradeaus. Schritt, Schritt, links heran. Damen, Solo, drehen. Zwei, zwei, links heran, rechts geradeaus. Schritt, Schritt, links heran, Damen, Solo, drehen. Zwei, links heran. Noch den Übergangsschritt wiederholen. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern können. Wir haben getanzt, Pendelschritt, dann nicht gelaufen in der Promenade, sondern seitliches Füße wechseln, um danach die Vierteldrehung antanzen zu können. Wir zeigen es Ihnen mal. Herr links, Dame rechts, das wäre links heran, rechts wechseln, wechsel vorwärts, links, tap. Und nun können wir zur Zusammensetzung der Schritte kommen. Vierteldrehungen und links und rechts und wechseln. Links rück und rechts rück und wechseln. Pendel, zweite Figur, links heran, rechts geradeaus laufen, Schritt, Schritt, links heran, Damen solo, drehen, zwei, Übergang, links heran, rechts heran,